Ich freue mich, Frau Dr. Rössler hier vorstellen zu können in unserem Kreis, die ja im September auch ihren ersten Vortrag gehalten hat zum Mikrobiom und gesamtkörperliche Auswirkungen. Sie hat ein Gesundheitszentrum in Hamm war das und wer sie also sucht, Dr. Antje Rössler-Hamm, der wird da die ganzen Informationen finden zum Darm und 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 wir kennen uns seit etwa 20 Jahren. Ja, hat sie auch schon mal bei uns vorgetragen, ganz toll zu Vitamin D und heute geht es weiter mit dem zweiten Teil ihres Vortrages. Viel Erfolg. Dankeschön, dass Sie da sind. Vielen herzlichen Dank, Herr Volkmann. Danke für die Einladung hier wieder nach Lübeck. Es ist mir eine große Ehre und ich freue mich sehr, vor allem das Auditorium hier wieder begrüßen zu dürfen zu diesem Teil 2. Und ich möchte wirklich demütig auch dem Dr. Wander jetzt noch mal für den vorangegangenen Vortrag danken. Großartig, hat mir sehr viel neues Wissen geschaffen und knüpft auch eben jetzt bei mir an ganz viele Dinge an, die ich ja auch schon im Sinn habe, aber nicht so richtig zu greifen wusste. Also danke, danke für diesen großartigen Vortrag zu diesen Bauchorganen und den Verbindungen. Und das sind gerade diese Dinge, die ich auch immer wieder bei Klienten abfrage, dass ich nach den Weisheitszähnen frage, dass ich nach den Mandeln frage und nach dem Appendix frage. Und man ist ja dann erstaunt, wie viele Menschen sagen, ich habe da gar nichts mehr davon. Und dann wissen wir auch, es ist halt schwieriger. Wenn wir noch Mandeln haben, haben wir ein Immunorgan. Wenn wir die Zähne haben, haben wir Weisheitszähne als wichtige immunologische Zähne. Und wenn uns jemand wirklich sagt, der Appendix ist futsch, der ist irgendwann mal entfernt worden, dann sollten wir auf die beiden anderen Dinge aufpassen. Bei mir ist es tatsächlich so, und so bin ich zu der ganzen Geschichte gekommen, weil mich das unglaublich interessiert hat, was da nicht richtig funktioniert. Oder warum ich immer Heuschnupfen 33 Jahre hatte. Und dann kommt ganz schnell heraus, es sind Weisheitszähne gar nicht angelegt. Also der Papi hat sie auch nicht. Und also von der väterlichen Seite scheinbar irgendwo eine energetische Schwäche in der Anlage. Und mir wurde, glaube ich, mit fünf Jahren wurden mir die Mandeln entfernt. Siehe da. Also passe ich jetzt auf meinen Appendix sehr, sehr auf. Ja, das ist jetzt mein Immunorgan. Und das versorge ich entsprechend auch mit Symbionten, damit dieses System gut funktioniert. Und damit kommen wir jetzt auch gleich zu dem Teil zwei hier von meinem Vortrag aus dem September, dass wir uns einfach nochmal mit der Systemtheorie und mit diesen Kausalschleifendiagrammen beschäftigen. Schauen Sie sich an, das ist Ihr Klient und Sie wissen jetzt zum ersten Schritt nicht richtig, wo das System nicht gut läuft. Und Sie kennen aber den Spruch aus der Mechanik oder aus dem technischen Bereich, wer gut schmiert, der gut fährt. Also das hat ja etwas damit zu tun, dass wir entsprechende in der Feinmechanik Schmierstoffe brauchen. Hier sind es essentielle Fettsäuren, die wir benötigen. Und natürlich ist jetzt hier rauszufinden, wo genau braucht das System unsere Unterstützung, wo funktioniert es nicht richtig. Und wenn wir uns das mal angucken, das ist ein Diagramm, was ein wissenschaftlicher Kollege mal vor zwei Jahren zusammengetragen hat mit den entsprechenden Abhängigkeiten. Und Sie finden alles wieder. Sie finden die Dysbiose, Sie finden hier diese Zytokinerhöhungen in diesem entsprechenden Entzündungsgeschehen, was wir auch gerade gehört haben. TNF-Alpha, Interleukin-6, diese entsprechenden Faktoren, die wir bei der chronischen Entzündung dann auch wiederfinden. Immer wieder Interleukin-Beta bei der Diabetes-Typ-2-Geschichte, wo wir jetzt auch wissen, das ist ja gar keine Stoppwechselerkrankung, sondern Typ-2-Diabetes ist eine fulminante Entzündungserkrankung. Und diese Entzündungserkrankung braucht halt unsere Zuwendung und sollte an verschiedenen Stellen abgeholt werden. Und so kann man sich hier halt überlegen, was spielt mit welchen Systemen zusammen? Sind es die Enzyme? Sind es die Serotonin-Haushalte? Ist es das fehlende Magensäurequäntchen, was uns hier praktisch Schwierigkeiten mit der B12-Produktion macht oder der Schutz des B12s eben durch den Intrinsic Factor, um dann nachher in dem hoffentlich gesunden Endbereich des Dünndarms diese Resorption hinzubekommen, wenn wir keinen Intrinsic Factor bilden können, weil Magensäure fehlt, können wir im Grunde genommen auch das B12 nicht schützen, nicht ummanteln. Es wird verdaut und kommt überhaupt gar nicht hier unten bis zum letzten terminalen Ilium-Abschnitt, wo das B12 dann resorbiert werden könnte. Also das sind alles Abhängigkeiten, die wir irgendwo wissen müssten oder im Hinterkopf behalten müssten, um zu eruieren, wo genau ist jetzt bei diesem Klienten ein Problem und wie können wir es dann tatsächlich beheben? Also von daher machen Sie sich nicht bange vor diesem, ich nenne es Wimmelbild, nichts anderes ist es hier. Wir müssen jetzt irgendwo eine Lösung schaffen, dieses Durcheinander zu enttüddeln und da den Weg zu bahnen, was bewirkt was und wie kann ich was letztendlich beheben, wenn ich Probleme habe? Und das sei einfach nur mal ein Anreiz, wir können das lösen. Wenn wir ein bisschen mehr Hintergrundwissen schaffen, können wir das lösen und es ist ein Kinderspiel nachher, diese Abhängigkeiten runterzubeten, genau wie der Dr. Wander das gerade auch gemacht hat, der da im Thema ist, wo wir sagen, um Gottes Willen, wie sollen wir das alles behalten? So ist es hier auch. Das ist jetzt ein zunächst, ich nenne ihn immer assimilatorischer Knoten, ja schon das Wort schwierig. Wir brauchen in der Verdauungsleistung jetzt die Lösung, wie können wir diese Verdauungsleistung verbessern und wie können wir auch die Aufnahme solcher Fettsäuren optimieren? Weil wir wissen auch, wenn die Omega-3-Fettsäuren Mangelware sind, wenn die Omega-3-Fettsäuren zwar da sind, aber nicht resorbiert werden können, weil der Darm entzündet ist oder gereizt ist, ist es auch schwierig. Damit können wir die fettlöslichen Vitamine nicht resorbieren. Das Vitamin D wird zum Problem, das Vitamin A wird zum Problem. Alle fettlöslichen Vitamine, EDKA, werden Schwierigkeiten bereiten, uns Defizite beschaffen und das ist natürlich ein Riesenproblem. Für den Mucosa-Block, für das Mikrobiom brauchen wir Vitamin A, brauchen wir Zink, brauchen wir diese fettlöslichen Vitamine eben auch unter anderem. Das ist also etwas, was auch sehr schön zusammenspielt. Also ohne essentielle Fette läuft nichts und daher eben dieser Spruch, wer gut schmiert, der gut fährt. Wir werden also da auch mit den Omega-3-Fettsäuren als essentielle Fette immer etwas Gutes tun, wenn wir sie besser versorgen. Voraussetzung, wir können sie vernünftig resorbieren. Wenn wir Durchfälle haben, fangen wir nicht mit Omega-3-Fettsäuren an, sondern bringen erstmal das Darmsystem in Ordnung und im zweiten Schritt gehen wir dann an die Fettsäureversorgung. So und hier, das ist jetzt auch eine sehr schöne Übersichtsfolie, wie ich finde, wo wir einfach mal sehen, was wir tatsächlich für Abhängigkeiten haben. Erstmal das große Dreieck hier, mental, spirituell, emotional, was immer unsere Berücksichtigung benötigt bei der Klientenversorgung. Ja, wo ist er da unterwegs? Ist er überreguliert? Ist er eher in der energetischen Mangelsituation? Oder ist er eben auch in dieser Sympathikophase extrem überbordend? Und wir können mit dem parasympathischen System gar nicht mehr gegensteuern? Gibt es ein Problem eben in der Assimilation? Gibt es ein Problem in der Abwehr mit der Reparatur? Was ist mit der Energieleistung? Können wir genügend ATP wirklich produzieren? Können wir diese 37 ATP auch tatsächlich schaffen, um wirklich unsere volle Energieproduktion auszuschöpfen? Was passiert bei der Biotransformation? Können wir entsprechend eliminieren? Oder können wir bestimmte Dinge nicht gut eliminieren? Und natürlich auch der Transport dieser ganzen Substrate. Ja, und Schluss letztendlich ein kommunikatives Problem, was wir ja zum Beispiel auch bei den Darm-Gehirn Interaktionsstörungen finden, wo wir wissen, dass es eben zwischen der Symbiontenlage, zwischen der Mikrobiota, dem Darmepithel und dem Darmimmunsystem regelrecht zu Kommunikationsstörungen kommt. Das wissen wir heute. Das sieht man als Einheit und nicht als einisolierten Faktor, der hier eine Kommunikationsstörung verursacht. So, und genauso wichtig ist die strukturelle Integrität dieses Systems, dieses Schleimhautsystems, Ökologiesystems, dieses alles. Und das sollen diese Fäden oder Verbindungen jetzt einfach uns mal vergegenwärtigen. Alles ist mit allem verbunden. Wir können nicht einfach hergehen und sagen, da ist jetzt eine Störung in einem System und das bleibt in diesem System die Störung. Sondern wenn wir irgendwo stören, durch was auch immer, oder das System ist gestört, dann werden sich diese Störungen auch auf andere Ebenen verlagern. Und das haben wir vorhin eindeutig und ja sehr eindrucksvoll bildhaft erklärt bekommen, was, wo, dann in welche Areale ausstrahlt oder entsprechend Folgeprobleme erzeugt. Das ist immer das, was wir im Hinterkopf bitte haben sollten. So, und dann sehen wir auch jetzt hier, und ich schreibe es hier immer wieder, zur Wiederherstellung von Darmgesundheit braucht es verschiedene Ebenen, verschiedene Herangehensweisen. Wir können nicht einfach immer nur hergehen und Symbionten verteilen. Damit werden wir das Problem nicht dauerhaft lösen, sondern sicherzustellen ist einfach, dass diese Ökologie überhaupt sich dann auch wirklich vermehren kann, dass die wandständige, residente Flora eine Möglichkeit bekommt, sich zu vervielfältigen und auch wieder eine gute, gesunde Bereitschaft gegenüber Fremdbekeimungen darstellt. Und wir sehen natürlich auch, wir können in dem Falle, wenn wir vorübergehend mal enzymatische Stauung haben oder eben eine nicht optimale Enzymproduktion haben, dass wir da auch mal vorübergehend nachhelfen. Also haben wir gute Möglichkeiten mit naturheilkundlichen Präparaten, sowohl die Stärkespaltung zu provozieren, wir können hier Entzündungshemmungen mit Bromelain, Papain auf der enzymatischen Seite machen, aus den natürlichen Pflanzenextrakten von Ananas und Papaya. Wir können die Proteaseleistung, und das ist oft eine große Schwierigkeit, das Eiweißspalten macht Schwierigkeiten. Das merken wir zum Beispiel, wenn die Menschen uns berichten, sie haben nicht nur Winde in Form von Kohlenhydratverdauungsstörungen, sondern sie haben inzwischen schon Winde, die nicht ganz so angenehm duften. Wir haben Fäulnis. Jeder Charakter von Fäulnis ist für uns ein Signal. Es gibt eine Eiweißverdauungsstörung, meist in der oberen Etage. Wenn die Eiweiße hier oben nicht gespalten werden können, aus welchen Gründen auch immer, gehen diese zum Teil nicht optimal aufgespaltenen Substrate natürlich in den unteren Dünndarm und später auch in den Dickdarm über. Und wir bekommen Fäulnisprozesse. Und diese Fäulnisprozesse kann man eben sehr gut beheben, indem vorübergehend die Proteaseleistung verbessert wird, also einfach das Eiweißspalten erleichtert wird und damit Fäulnis in den Hintergrund treten kann. Das kann man also vorübergehend sehr schön unterstützen, gerade wenn eben nicht nur eine Kohlenhydratverdauungsstörung in Form von Gärungen ohne Düfte, sondern eben auch gerade diese Winde, die schwefelhaltig duften, vorhanden sind. Dann wissen wir alle, wie entscheidend heute auch diese Natokinase uns hilft bei dem Entzündungsproblem oder auch jetzt hier nach der Covid-Impfung, wo wir entsprechende Unterstützung dieser Anti-Entzündlichkeit brauchen. Damit haben wir eine große Möglichkeit, in dem Konsortium hier unterstützen zu arbeiten. Genauso die Lipaseleistung, die Fettspaltung können wir verbessern. Wir können die Milchzuckerspaltung, wenn eben vorübergehend zum Beispiel auch diese Laktase, nicht arbeiten kann. Es geht nicht immer darum zu glauben, die Menschen haben alle Laktasemangel. Das ist nicht der Fall. Die meisten da draußen haben eher sekundär durch eine Infektion oder durch eine hängengebliebene Erkrankung, die nicht richtig abgearbeitet ist, unter Umständen eine sekundäre Laktoseintoleranz. Und die profitiert natürlich extrem dann auch von einer Laktase. Aber auch das ist dann im Prinzip dauerhaft nur funktional, wenn diese Entzündung zurückgeht, die Entzündung wieder abgestellt wird. Und da tatsächlich auch das Milieu, sprich pH-Wert und Temperatur, wieder optimal funktionieren, um diese Enzyme arbeiten zu lassen. Also bei ganz vielen Patienten finden wir keine genetisch bedingte oder von Geburt an vorhandene Enzymstörung, sondern bei vielen unserer Klienten da draußen haben wir eine sekundäre Infektionsproblematik und eine sekundäre Laktose, die wir dann auch wieder loswerden können. Also das ist nicht gottgegeben, dass wir die für immer haben, sondern gerade durch die Darmsanierung oder Darmoptimierung haben wir große Chancen, eine sekundäre Laktoseintoleranz wieder loszuwerden. Genau das Gleiche bei der Fruktoseintoleranz. Ich würde nie mehr sagen, das haben Sie jetzt bis ans Lebensende, weil das stimmt einfach nicht. Bei vielen können wir ganz viel tun und dann sind diese Probleme plötzlich wieder verschwunden. So schnell wie sie gekommen sind, sind sie auch wieder weg. Wenn wir uns entsprechend kümmern und da diese Krypten, wir haben das beim letzten Mal schon kurz angedeutet, wenn wir hier zwischen den Zotten diese entsprechenden Krypten haben, die Krypten eben auch intakt bleiben, die Krypten eben nicht hyperplastisch sich darstellen und nicht verkümmern und entsprechend auch die Zotten nicht verkümmern, verkürzen, optimale Resorptionsleistungen tatsächlich gegeben sind. Jetzt gibt es hier in dem Enzympräparat eine hervorragende Möglichkeit, auch noch mit Pflanzenextrakten unterstützend zu arbeiten. Wir haben Östrogene und Antiöstrogene Wirkungen. Von daher haben wir mit dem Rotklee natürlich auch ein Phytoöstrogen, ein Isoflavonpräparat, was uns sehr, sehr gut, gerade auch im Übergang des Wechsels, hilft, entsprechend Phytoöstrogene zu bekommen. Und wir haben natürlich auch eines der ältesten Gewürze der Welt, den Kümmel, wunderbar, um die entsprechenden, als Karminativum, als Antikarminativum, ein Blähsuchtproblem oder ein erhöhtes Blähproblem aufzulösen. Wir wissen es aus den Kohlgerichten, wo der Kümmel zugesetzt wird, um den Kohl verdaulicher zu machen. Oder auch Bitterstoffe, Löwenzahn, großartig, als Bitterstoffkraut praktisch, entweder als Löwenzahnkraut oder mit Wurzel, je nachdem, was verwendet wird, die Unterstützung der Verdauungsleistung zum Anregen von Verdauungssäften. Und als wichtigsten Vertreter eben auch noch hier diesen Streptococcus thermophilus als wunderbaren Symbionten, der sogar tatsächlich in der Lage ist, eben auch diese Milchzuckerverarbeitung besser zu machen. Da haben wir viele Substrate, die Hand in Hand greifen und uns das entsprechende, unterstützende hineingeben, wenn es Verdauungsbeschwerden gibt, um erst mal diese Verdauungsbeschwerden ganz natürlich zu unterstützen. So, und das Lachsöl, die Omega-3-Fettsäuren, das EPA, das DAA, macht Sinn zu geben, in der Phase, wo dann das Darmsystem schon wieder besser funktioniert, die Resorptionsleistung gegeben ist und wir möglichst eben keine große entzündliche Situation mehr haben im Dünndarm, im Zwölffingerdarm, um auch wirklich sehr gut und möglichst vollständig dieses Öl resorbieren zu können. Ja, das macht Sinn. Dann anti-entzündlich und wir arbeiten hier nicht nur auf die schon immer bekannte, auf diesen Schalter der Entzündungskaskade, auf das NF-KPB, sondern die Omega-3-Fettsäuren, gerade das EPA, das DAA, wirken aktiv auf das NLRP3. Das ist ein Rezeptor, der eben viel weiter oben in der Entzündungskaskade steht und wir können also schon an viel höherer Stelle, als wir immer angenommen haben, anti-entzündlich arbeiten. Das ist also etwas, was uns einen großen Beitrag liefert, anti-entzündlich und vor allem eben auch im Bereich der Versorgung dieser schon erwähnten, unerlässlichen, essentiellen Fettsäuren. In diesem Falle eben Omega-3, weil wir da einfach oft sehr, sehr schwach versorgt sind. Und wenn wir mal tatsächlich Untersuchungen machen oder auch so Fettsäure-Stati messen lassen, die Menschen mal loslaufen lassen, solche Versorgungslagen zu checken, dann sind wir erschrocken, wie schlecht aufgestellt dieses Omega-3 oft in der Ernährung halt ist. Gerade bei Kindern. Wenn Sie Kinder haben mit strohigem Haar, mit so diesem typisch stumpfen Haar, strohiges Haar, der Glanz fehlt, dann wissen Sie, eigentlich fehlt Omega-3. Und dann wäre es immer hilfreich, mal zu gucken, was ist in der Ernährung wirklich drin, was kommt da über die tägliche Ernährung rein. Und wenn das nicht passt, kann man eben sehr schön auch mit diesem Omega-3-Fettsäuren bei den Kindern supplementativ arbeiten und das extrem unterstützen. Nicht nur gegen Unruhe und nicht nur gegen neurologische Nervosität, sondern das ist etwas, was einen Rieseneinfluss aufs gesamte System macht. Essentielle Fette, ohne die geht es nicht. Dann finde ich ganz hervorragend und das gehört auch zu meinem Grundrepertoire der Versorgung im zweiten Schritt, wenn eben die Darmschleimhäute wieder aufgebaut sind, die Ökologie optimiert worden ist, das Kurkuma. Und das Kurkuma ist für mich ein sensationelles Pflanzenextrakt aus einem Rhizom gewonnen. Jeder kennt das Kurkuma als gelbe Farbe. In jedem indischen Curry ist Kurkuma drin, bei dem einen mehr, bei dem anderen weniger. Und dieses Kurkuma hat eine fantastische anti-entzündliche Wirkung und zwar nicht nur auf das NFKPB, auf diese Hauptachse, die wir als sehr gut wissenschaftlich isolierte Entstehungsachse der Dauerentzündung kennen, sondern dieses Kurkuma hat an drei Stellen nimmt es Einfluss auf oder gegen die Entzündlichkeit. Also wir arbeiten auch hier an verschiedenen Stellen auf verschiedene Entzündungsachsen ein und können damit zum Beispiel genauso wie beim Selen schon angeschaltete Onkogene wieder abschalten. Also wir haben durch das Kurkuma auch einen anti-cancerogenen Effekt und das wird den einen oder anderen jetzt vielleicht erstaunen. Wir fragen uns ja immer, wie gut oder wie schlecht Kaffee trinken ist. Ja, dann kommt man ganz schnell auch bei mir in den naturheilkundlichen Kreisen wird sofort der Kaffee verteufelt. Da heißt es immer, Kaffee trinken ist schlecht. Kaffee, das ist ganz ein säuerndes Getränk. Das dürfen wir nicht empfehlen. Da sage ich immer, warum denn nicht? Wenn die Klienten kommen, das ist erst, was sie fragen, wollen sie mir meine Genussmittel wegnehmen? Nein, auf keinen Fall. Ja, das Genussmittel Kaffee ist wertvoll, weil es eben auch in einem gewissen Maße genossen anti-cancerogene Eigenschaften besitzt. Die Frage ist nur, was habe ich für einen Klienten? Wenn ich jemanden habe, der ist kurz vorm Burnout, dann würde ich den Kaffee vielleicht eher zurückschrauben und auch mal vielleicht vorübergehend rauslassen. Genauso wie Tee, Schokolade und auch Guarana, Mate, Tee und all diese Dinge. Aber Kaffee, wenn sie zwei Moleküle Kaffeesäure zusammengeben, bekommen sie ein Molekül Kurkumin. Das ist sehr spannend, das ist den meisten gar nicht bewusst. Ja, also Kaffee trinken bei Frauen, drei Tassen Kaffee am Tag, soll das Darmkrebsrisiko minimieren. Das ist natürlich alles immer relativ. Was mache ich sonst noch? Und was habe ich sonst noch für Baustellen? Also das kann man immer nicht isoliert betrachten aus meiner Sicht. Aber grundsätzlich haben wir mit dem Kurkuma eben etwas hochgradig Antikancerogenes und wir brauchen es, um es vernünftig nutzen zu können, in der Kombination mit dem Piperin. Das halte ich für sehr, sehr wichtig und sehr schlüssig und ich würde jetzt kein Präparat anbieten wollen, wo das Piperin fehlt. Also diese Kombination ist ein Muss. Das ist eine wie eine geschwisterliche Beziehung. Diese beiden gehören einfach zwingend zusammen. Ergänzt haben wir hier jetzt noch sehr schön die B-Vitamine. Auch die sind ja besonders wertvoll oder der Mehrbedarf, gerade wenn wir etwas überreguliert sind oder in der Situation der Nervenanspannung sind. Diese B-Vitamine tun uns alle neurologisch sehr, sehr gut. Ganz weit vorne dabei natürlich hier B2, das typische Migränevitamin, das B3, Pantothensäure oder die aktive Form Panthenol. diese Wund- und Heilwirkung praktisch für das Endothel. Und wir können sagen, je besser wir die Entzündung runterbringen, jedes Quäntchen Entzündungssenkung macht einen Schutz fürs Endothel. Also es ist für uns unerlässlich, etwas zu machen, was eben Entzündung in irgendeiner Form runterbringt. Und wenn es nur drei Millimeter sind, jede Entzündungssenkung macht einen Schutz fürs Endothel. Und da ist B3 ganz bedeutend als auskleidende Substanz sozusagen der Schleimhautsysteme, ein wirklich wichtiger Stoff in der Vorbereitung von Chemotherapien und noch wichtiger auch bei der Vorbereitung von Strahlentherapien. Also wenn es keine Chemo gibt, es gibt nur eine Strahlentherapie, machen Sie im Vorfeld gute B-Versorgung, gute B-Vitamin-Versorgung, insbesondere B5, B3. Die machen einen Rieseneinfluss auf Fettspiegelsenkung und eben Cholesterinabbau und sorgen dafür, dass antientzündig gearbeitet wird. Und sie kleiden eben dieses Endothel aus, B5, das typische graue Haare, anti-graue Haare-Vitamin und Burning-Feed-Syndrom und diese Dinge werden hier sehr, sehr aktiv mit gepflegt. Aber diese B-Vitamine spielen eine ganz, ganz große Rolle, um auch bei einer Strahlentherapie einen Reizdarm, der dann plötzlich als Nachfolgeproblem entsteht, sehr häufig entstehen kann, um den sozusagen zu vermeiden. Also diese B-Vitamine sind eine ganz, ganz wichtige, ein wichtiges Konsortium in der Versorgung, um Chemo und um Strahlentherapien herum. Ich würde das immer nicht an dem gleichen Tag vielleicht machen, da gibt es immer Ärger, sondern dass man das eben mit einem Tag Zeitversatz dann macht, an dem Tag, wo eben keine Strahlen- oder Chemotherapie stattfindet, kann man wunderbar eben auch mit diesen Orthomoluklarien arbeiten. Gut, was sehen wir noch? Wir sehen die fettlöslichen Vitamine, die äußerst wichtig für diesen Mucosa-Block unter anderem eben auch sind, haben wir schon erwähnt, das Vitamin A, natürlich finden wir auch das wichtige Prodrug D3, also die Hormonvorstufe für das aktive D3 oder Vitamin D dann umgewandelt von der Niere und die Nierengesundheit spielt hier die große und alles entscheidende Rolle, wie gut oder schlecht kann umgewandelt werden und wie gut kann die Niere das verarbeiten, um es dann nutzbar zu machen. Ja, da ist also ganz, ganz wichtig, dass die Lebergesundheit stimmt, dass die Nierengesundheit stimmt und wenn die Spiegel nicht hochgehen, müsste man sich auch mal mit der Nierengesundheit auseinandersetzen. Das hat vorhin auch mir dann nochmal einen Lückenschluss gemacht mit den Nierenzusammenhängen aus der Organlehre. So und hier sehen wir auch Vitamin E, wissen Sie auch, Zellschutz, ganz wichtiger Antifreier Radikalschutz sozusagen, Antistressfaktor und Vitamin K nicht nur für die Knochengesundheit und wichtig für die Blutgerinnung, sondern auch in dem Konsortium einfach unerlässlich und essentiell. Gut, damit haben wir sehr schöne Möglichkeiten, ein Gesamtpaket zu schnüren, um unsere Darmsymbionten und Schleimhautpräparate, die wir anbieten, on top. Und hier ist es jetzt immer wichtig, auch an ein Basiskonzept wirklich zu denken. Integration des theoretischen Wissens mit der aktuellen Klinik und mit dem vorhandenen Erfahrungswissen. Das halte ich für ganz, ganz wichtig. Wir haben oft das Problem, dass immer alles theoretische dann plötzlich auf den Sockel gehoben wird und alles andere hat keinen Bestand mehr. Ich sehe es genau andersrum. Ich sage mir einfach, das neue Wissen ist super, aber jetzt muss dieses neue Wissen auch möglichst schnell in der Praxis zur Anwendung kommen oder dann auch mit zu den anderen Dingen eine Integration finden, weil sonst funktioniert das ja nicht. Auf der anderen Seite kann ich auch nicht alles, was daherkommt, isoliert betrachtet, ist sofort gebrauchen und vielleicht muss ich auch nicht immer alles, was gerade bis dein Bestand hatte, über Bord werfen, sondern hier bitte die wichtigste Geschichte in der heutigen Zeit immer kritisch bleiben. Also genau schauen, was liefert uns diese Studie, wie viele Menschen waren da beteiligt, waren das Mäuse, waren das Menschen, wie viele Mäuse, wie viele Menschen waren beteiligt und wenn ich teilweise da auch zu den Probiotikern Studien sehe, wo dann elf Menschen beteiligt waren, dann kann man das glaube ich nicht Studien nennen, oder? Wie nennen wir das? Auch nicht Anwendungsbeobachtung, ich würde das dann eher Feldversuch nennen, oder nicht? Ja, also schauen Sie, dass man Hinweise bekommt, vor allem komplementäre Befunde hinzuzieht zum klassischen Blutlabor, was wir ja machen, und tatsächlich da dann diese individuellen Behandlungspläne entworfen werden müssen, ja? Wir können nicht alle über einen Kamm scheren und wir können nicht hergehen und sagen, der kriegt das gleiche wie die Frau Müller und der kriegt der Herr Meier kriegt das gleiche wie der Herr Schulze. Nein, wir brauchen individuelle Versorgungsmöglichkeiten vom Makrokosmos zum Mikrokosmos. Wir schauen uns an, was funktioniert halt im Makrokosmos nicht gut, was funktioniert im Mikrokosmos nicht gut und dann haben wir hohen Respekt vor der individuellen Variation und Einzigartigkeit. Ja, das fehlt mir auch heute ein bisschen, dass man immer eben alles für alle gleichermaßen nutzbar machen soll und alle sollen das Gleiche verwenden. das kann nicht funktionieren. Also wir brauchen den Blick auf die Synergie dieser biologischen Systeme. Die Bedürftigkeit ist aber bei jedem anders oder die Abhängigkeit, was wie nicht richtig funktioniert, ist bei jedem unterschiedlich. Daher brauchen wir wirklich diese individuelle Variation im Hinterkopf und brauchen eine Einzigartigkeit an Überlegungen für unseren Klienten und das macht es eben schwierig in den Beratungen. Ja, das kostet Zeit, das kostet Geld, aber das ist das, was die Menschen weiterbringt, weil wir damit tatsächlich auch das System dann da abholen, wo es steht und entsprechend Entscheidungswege für uns benennen können. Zusammenfassend kann man immer sagen, dieses Magen-Darm-System ist ein integraler und zentraler Knotenpunkt der funktionellen Medizin. Wir brauchen das Wissen um diese Abhängigkeiten der verschiedenen Systeme, wir brauchen eine ganzheitlich gedachte Synchronisation, wenn die Systeme dereguliert sind und wenn diese Systeme eben tiefgreifende Auswirkungen jetzt auf unsere Gesundheit schon haben. Also um Synchronisation wiederherzustellen, brauche ich eben dieses funktionelle Wissen und brauche die verschiedenen Ebenen und brauche entsprechend Tools. Und wenn wir uns das jetzt nochmal anschauen, machen, was wir da unter diesem Gastrointestinal-System einfach ja finden, dann haben wir auf der einen Seite halt diese Barrierefunktionen, unsere Schleimhautfunktionen und die Mikrobiota schon erwähnt. Und die machen natürlich hier einen ganz, ganz wichtigen Job, vor allem einen erstmal lautlosen Job, solange diese Barrieren in Ordnung sind, Barriere in Ordnung, Mikrobiota in Ordnung, gibt es keine Antikörperproduktion und erst wenn entsprechend diese Barrieren entweder fallen oder durchdrungen werden können, weil eben entsprechend die Abwehr fällt oder die Abwehr nicht ausreichend ist, erst dann kommt es ja überhaupt zu einem systemischen Angriff auf entsprechende tieferliegende Systeme und die müssen natürlich dann alles dransetzen, den Feind, das fremde Eiweiß, irgendwie loszuwerden. Solange diese beiden Barrieren ihren Job machen, haben wir keine Antikörperproduktion und können einen lautlosen Job feststellen. Unser System hier im tiefsten Inneren, die Soko, die, was haben wir gesagt, die Mordkommission und die GSG 9 werden gar nicht beschäftigt, ja, die bleiben also schön im Schuppen und wenn diese Barrieren in irgendeiner Form Beschwerden haben oder Durchlässigkeiten aufwarten, dann haben wir natürlich auch so eine Antikörperfunktion unseres Abwehrsystems und wir haben natürlich auch entsprechend Mechanismen, uns eigentlich davor zu schützen und zu wehren. So, und jetzt haben wir noch eine ganz wichtige Sache, das haben wir noch gar nicht erwähnt, das ist eben hier dieses wichtige Lebersystem. Also gerade im Zuge der ganzen energetischen Seite dieser Systeme spielt die Leber eine außerordentliche Rolle und die Leber ist auch das entscheidende Organ, um zum Beispiel eine latente Acidose, die sich breit gemacht hat, mal zu optimieren, weil das ist das eigentlich heimliche Entsäuerungsorgan. Die Leber übersteigt die Nierenfunktion in dieser Hinsicht um das 40-fache. Das ist also eine ganz enorme Leistung, die wir hier durch die Leber erfahren. Von daher macht es immer Sinn, auch bei entsprechenden schwereren Infektionen oder auch viralen, ich denke jetzt an so ein Epstein-Barr-Virus, macht es immer Sinn, auch die Leber sofort mit zu stützen, damit da einfach auch gar keine großen Entgleisungen weiter fortschreiten. Also das Energetische ist hier ganz stark über die Leber steuerbar. Und das sehen wir jetzt auch in der Nachsorge der entsprechenden gespeikten Klienten, dass wir da oft ja diese ATP-Defizite, diese Energie-Defizite finden, diese chronische Müdigkeit finden. Also die Leber braucht hier unsere besondere Obacht und Unterstützung. Normalerweise ist es ja so, dass wir im Mund eine relativ große Toleranz haben gegenüber Lebensmitteln und je weiter wir eben über den Mund, über die Weiseröhre in das Magen-Darm-System kommen, diese Empfindlichkeit immer weiter zunimmt und damit eben auch die Toleranz abnimmt und da hat hier der Volkmann mal ein sehr schönes plakatives Bild in einem Beitrag gemacht, das werde ich nie vergessen, mit den Darm-Segmenten sollte sich der ein oder andere vielleicht noch mal zusenden lassen oder mal diesen entsprechenden Passus anschauen, wo über diese einzelnen Darm-Segmente, die halt ganz enorm pH-Wert und temperaturabhängig sind und entsprechend nur, wenn sie in Ordnung und intakt sind, arbeiten können, ihren Job machen können, entscheidend eigentlich sind auch diese Toleranz eben zu gewährleisten, weil wenn das in dem einen Abschnitt nicht verdaut werden kann oder die entsprechenden Faktoren nicht mehr gegeben sind, die Verdauung zu machen, dann glaubt man immer auch, wir schieben das einfach ein Stück weiter, ein bisschen tiefer in den weiteren nächsten Abschnitt und hoffen, dass dann diese Verarbeitung hier stattfinden kann. Und das ist etwas, was wir sehr schön eben bewerkstelligen könnten, wenn wir sicherstellen können, dass dieser Darm eben nicht entzündet oder nicht irritiert und das Zwölffingerdarmsystem auch mit als noch sehr wichtige Region zum Magen gesehen in Ordnung ist und damit entsprechend auch der Darm weniger Dinge durchlässt, die dann uns unter Umständen immunologisch Probleme bereiten können. So und als letztes haben wir das Gehirn, was natürlich unweigerlich mit dem Darm verknüpft ist und wir wissen genau, dass hinter der Darmbarriere natürlich auch sofort die Neurologie liegt. Also ein neurologisches Entgleisungsproblem ist immer unweigerlich nicht nur mit Entzündungsprozessen oft ja verknüpft, sondern auch eben mit dem Darm verknüpft. Und diese Homöostasen, das gilt es auch zu sehen und entsprechend die Ursachen vielleicht mal abzustellen. Wenn ich hier ein neurologisches Problem habe, kann ich nicht einfach immer nur mit irgendwelchen Antidepressivern oder mit irgendwelchen Serotonin-Wiederaufnahmehämmern oft zurechtkommen, sondern ich müsste mir einfach mal überlegen, warum funktioniert denn das nicht richtig? Und dann kann man natürlich hier erst mal anfangen zu suchen, wird überhaupt genügend Serotonin produziert? Oder habe ich vielleicht durch meine medikamentöse Gabe inzwischen schon ein Serotonin-Syndrom? Das heißt, ich habe viel zu viel davon. Wie es und immer überall ist, gibt es zu viel und zu wenig. Gut, was macht man jetzt? Also es ist jetzt wichtig, diese Wechselbeziehung zu erkennen. Also A, sollten wir uns mal vergegenwärtigen, wo wird überhaupt was resorbiert? Welcher Bereich kann welche Makronährstoffe, Mikronährstoffe überhaupt aufnehmen? und warum funktioniert es vielleicht bei dem einen oder anderen Stoff nicht so gut oder auch die Elektrolyte? Dafür ist natürlich auch der Dickdarm nachher noch mal ein ganz wichtiger Resorptionsort. Wenn der Dickdarm nicht gut aufgestellt ist, gehen die Elektrolyte verloren, wissen wir, kennen wir als Elektrolyt-Zusatz bei den Durchfällen. Das ist ja ein alter Hut. Aber schauen wir uns auch hier Gallensäure-Rückresorption an im letzten Terminalen Ilium. Sechs- bis zehnmalige Rückresorption. Das ist ganz wichtig, dass dieser Abschnitt nicht entzündet ist. Und wir haben hier einfach mal versucht, eine Anordnung zu überlegen, wo fangen wir an, um so ein bisschen ein Grundschema zu bringen, wie kann man auch mit der Ernährung jetzt überlegen, was ist für den Klienten sinnvoll, was macht Sinn, im ersten Schritt zu geben. Die essen alles Mögliche und sagen eben auch, ich esse ja alles ganz gesunde Sachen. Die Frage ist nur, ist es jetzt für dieses System überhaupt gesund? Nur weil der Brokkoli allgemein als gesund gilt, kann das unter Umständen sein, dass der aufgrund seines hohen Kohlenhydratgehaltes doch relativ blähe Geschehnisse macht. Also ist der Kohl oder auch der Brokkoli an dieser Stelle vielleicht nicht das Nonplusultra für meine Gesundheit? Der kommt wieder später mit rein. Also immer gucken, was ist überhaupt möglich zu absorbieren, wie funktioniert die Verdauungsleistung, ist das Lebensmittel, was da jetzt daherkommt, überhaupt in der Entzündungsphase geeignet zu essen oder sollte ich das vielleicht noch mal einen Moment zurückstellen und später wieder mit einbauen? Wir haben hier auf der einen Seite auch durch die Nahrung eben Reizfaktoren, wir haben unter Umständen sogar eine Förderung der Peristaltik und der Permeabilität, das heißt, es wird sogar teilweise das Schleusentor geöffnet und es dringen noch schneller Stoffe in die Blutbahn ein und machen damit einen immunologischen Stress, der dann natürlich auch das Immunsystem schwächt auf der anderen Seite. Wir haben Gärung, wir haben Vollnissprozesse, also auf der einen Seite diese massiven pH-Verschiebungen eher in den noch säuerlichen pH-Werte 5,5, bei der Vollniss haben wir das Gegenteil, pH-Werte jenseits der 6,2 eher bei der Kategorie 7, 7,5 oder noch schlimmer 8, das kommt an einem wirklich mikrobiellen Gau gleich und auch bei den tumorösen Geschichten auch noch weiter 8,5, das sind also Wahnfaktoren, die wir schon über die nichtinvasive Analytik sofort feststellen können und wir sehen natürlich auch, gibt es hier Probleme in der Schleimabteilung, in der Schleimschicht, gibt es Probleme in den Ökologiesystemen, das kann man sich ja anschauen, wenn man nicht weiterkommt, wenn man mit den klassischen, einfachen Strategien nicht zurechtkommt, der Darm optimiert wird, aber das kommt nicht zum Schluss, haben wir vorhin schon gehört, brauchen wir andere Ideen und andere Möglichkeiten, tiefer greifend zu therapieren und da gehören dann natürlich auch solche Nebenschauplätze wie ein Immunsystem dazu und wir brauchen hier natürlich auch irgendwo, hier steht es nicht nur eine gute Auswahl von Symbionten und ein Abschaffen der Dysbiose, sondern wir brauchen eben auch diese Muskel-Meridian-Organ- Beziehung, die wir dann irgendwo mit hineinnehmen müssen in unser Geschehen, wie nähern wir uns und wie können wir dieses Problem endlich mal zum Stillstand bringen und abstellen und Nervensystem-Bauchgefühl gehören natürlich immer dazu und die Patienten kennen sich selber viel besser als wir sie kennen, also befragen wir sie und nehmen das ernst, was sie sagen und da haben wir ja auch schon mal dieses wunderbare Bild gesehen mit den verschiedenen Abhängigkeiten, das will ich jetzt gar nicht weiter erläutern, das ist grundlegend ja hier sehr schön schon defizil beschrieben und die Abhängigkeiten erklärt worden und wenn man jetzt Folgen schlechter Verdauung mal sieht, dann haben wir auch eine ganze Batterie, wo es klemmen kann, also ist es die Lebensmittelauswahl, ist es die Zubereitung dieses Essens, ist es der Essenszeitpunkt, kauen wir nicht richtig, ist es die Verweildauer, ist die Zottenatrophie schon in einem Maße, dass diese Resorption gar nicht gut funktionieren kann, haben wir schon eine Entgleisung dieser Ökologiesysteme, sodass es tatsächlich auch zu großen Mengen Fehlverdauungsproblemen kommen, wir haben angesprochen, gehört vorhin auch schon diese Leichengifte, Kadaverin oder Skatol, Indol, diese Biogenaminreaktionen, die oft hier eine Rolle spielen, es gibt eine ganze Reihe pharmazeutischer Stoffe, die natürlich auch nicht unbedingt positiv auf das Darmsystem wirken, also auch eine Anamnese der Arzneimittel ist wichtig, eine Anamnese der Nahrungsergänzungsmittel ist wichtig, es ist ganz wichtig, die Getränke mal abzufragen, die vergessen wir immer, ja, da kommt plötzlich raus, jemand hat ein Leberproblem und man wundert sich, dass diese Leberwerte nicht runterkommen und dann fragt man nochmal und nochmal und dann kommt raus, dieser Mensch trinkt zweieinhalb Liter Softgetränk pro Tag, ja, dann müssen wir uns nicht wundern, dass die Leber da vielleicht überfordert ist. Fruchtzucker ist da ein ganz großes Problem oder wenn jemand meint, Obstteller fundweise sind gesund, würde ich auch sagen, kommt drauf an, kommt drauf an, wie der Darm aufgestellt ist und wie ich das verarbeiten kann, ja, wir können nicht sagen, jeder muss morgens einen Obstteller essen und das ist gesund, sondern das kann für jemanden, der jetzt schon ein Darmproblem hat, extrem problematisch sein, weil er damit eben die Gärung befeuert und die Fehlverdauung befeuert. Genau das gleiche haben wir bei den Ballaststoffen. Wir hören immer nur, dass wir alle Ballaststoffe essen sollen, keiner definiert, was das genau ist, 30 Gramm Ballaststoffe, was ist denn das bitte schön, ja, wissen Sie, wo 30 Gramm Ballaststoffe drin sind? Also wenn wir eine halbwegs vernünftige Mischkost machen und auch eine relativ große Abteilung Obst, Gemüse da grundsätzlich dabei haben oder auch insbesondere Gemüse dabei haben oder auch ja, ein bisschen Brot im Tagespensum haben, dann haben Sie relativ schnell 30 Gramm erreicht. Also das ist bei einer für uns eigentlich vielfältigen Kost sehr schnell erreicht, diese 30 Gramm. Also müssen wir uns auch mal fragen, für wen sind denn jetzt diese Ballaststoffe? Und dann ist eben die Frage, kann dieser Mensch, den wir vor uns haben, diesen Ballaststoff tatsächlich benutzen? Ja, wir brauchen den ja nicht als essentiellen Stoff für irgendeine Leistung X, sondern diese Ballaststoffe sind eigentlich ja nur fürs Mikrobiom, um das Mikrobiom zu nähren, ja, um da sozusagen die Bakterien, den Bakterien Futter zu bieten. Also wir müssen wissen, was für einen Entzündungsstatus unser Klient hat, will ich damit ausdrücken oder möchte ich damit ausdrücken? Gut, reduzierte Bioverfügbarkeit von Nährstoffen, fehlt es hier irgendwie an bioaktiven Inhaltsstoffen, kriege ich davon gar nicht genügend rein, bin ich mangelernährt, habe ich metabolische Problematiken, was ist hier los? Habe ich genomische Aktivierung? Also wir haben immer schon ja vorhin auf der einen Folie gesehen, es geht immer um diese Gene, um die Gene, die angeschaltet und abgeschaltet werden und wir haben eben auch schon im September mal gehört, es geht um Gene, die halt aus dem Nichts kommen, die einfach plötzlich da sind und die nur darauf warten, aktiviert zu werden. Verfügbarkeit von ja, mehr Bedarf oder sind es hier vielleicht auch zu viel unverdaute Dinge, können wir nicht richtig neutralisieren, was für ein Problem haben wir tatsächlich? Das ist dann die Aufgabe, nach und nach aufzudröseln. Das braucht manchmal einen Moment Geduld. Also wir brauchen Geduld und Spucke und dann funktioniert das super. Was können wir jetzt gegen eine Dysregulation machen? Also auf der einen Seite müssen wir die Auslöser identifizieren, die uns Probleme machen und wir brauchen natürlich auch eine Information, welche Mediatoren gibt es da, die entsprechend vielleicht Reize übermitteln oder entsprechende Überreaktionen oder auch eben Downregulationen machen. An erster Stelle müssen wir uns immer fragen, hat derjenige genug Salzsäure? Weil es gibt genauso viele Menschen, die haben zu viel Salzsäure. Ja, das wird uns immer erzählt, die haben alle zu viel. Nein, wir haben genauso viele Menschen, die haben zu wenig Salzsäure. Gerade im Dauerstress ist unter Umständen die Salzsäureproduktion gar nicht ausreichend. Oder die Ausschüttung funktioniert nicht, weil entsprechend Präparate, Therapeutika gegeben werden, die das eben gerade aushebeln sollen. Damit wird aber die gesamte Verdauungsleistung konterkariert. Das Allergieproblem nimmt zu, dass die Salzsäure soll Viren, Bakterien, Pilze abtöten. Diese Salzsäure soll unverträgliches praktisch auseinandernehmen, damit es eben keine Nahrungsmittelintoleranzen gibt. Also die Säure hat eine ganz große Aufgabe im Spalten und im Zerlegen von allergisierendem Eiweiß. Gut, also wir brauchen verschiedene Mechanismen. Enzymsekretion müssen wir angucken, gibt es hier eine Pankreaselastase vielleicht, die erniedrigt ist, stark erniedrigt ist, sodass es auch erforderlich ist, tatsächlich Enzyme zu supplementieren, der Bauchspeicheldrüse Hilfestellung zu geben. Ist es einfach nur ein vorübergehendes Problem oder ist es jetzt wirklich tatsächlich durch eine Sezernierungsstörung, also durch eine exokrine Pankreasstörung hervorrufen? Gibt es eine Chiolecystokinin- Überempfindlichkeit? Haben wir eine verminderte Gallensekretion? Gibt es schon benennbare Nahrungsmittel, Allergien oder Unverträglichkeiten? Das ist ganz wichtig zu wissen. Oder wenn wir halt auch mit den Darmstrategien nicht weiterkommen, dann ist es wichtig, das mal zu prüfen. Was sind es tatsächlich für Nahrungsmittel, die uns da immunologisch auch vielleicht massive Beschwerden bescheren? Wie hoch ist psychischer, emotionaler Stress? Klar, brauchen wir auch eine Information. Gibt es eine vernünftige Sauerstoffsättigung oder eben nicht? Gibt es Kurzatmigkeit und all diese Dinge? Also wir haben eine ganze Menge Dinge hier abzuverfolgen, um erstmal zu gucken oder uns zu nähern, welche Auslöser und Mediatoren sind hier eigentlich mit im Boot. So und jetzt sehen wir hier auch sehr schön den Ort der Resorption, der eben für die meisten Stoffe tatsächlich hier im mittleren Dünndarm liegt, oberer bis mittlerer Dünndarm für die große Menge der zu resorbierenden Stoffe, aber natürlich auch für andere Substrate, weiter unten schon erwähnt, B12, Gallensäuren, Rückresorption, aber auch Wasserelektrolyte. Und hier sieht man auch im Dickdarm die Aminosäuren. Wenn die natürlich jetzt auch dann ihren Job nicht machen können oder nicht vernünftig genutzt werden können, ist die Protein-Biosynthese gestört, damit ist der Schleimhautschutz gestört, damit ist sozusagen mehr Abbau als Aufbau der Schleimhäute zu verzeichnen. Also wir haben es hier oft bei den Darmpatienten mit tatsächlich so einem sogenannten Aminosäure-Turnover-Problem zu tun. Wir haben mehr Abbau als Aufbau. Eigentlich ist das ja ein selbstregulatives homöostatisches System, was sich immer eigentlich Aufbau, Abbau, Aufbau, Abbau immer in einer gewissen Homöostase befindet und diese Homöostase ist jetzt gekippt. Wir haben mehr Abbau als Aufbau. Da sieht man das nochmal sehr schön groß. Das ist etwas, was sicherlich hilfreich ist, um erstmal zu verstehen, an welchem Ort, warum habe ich Mikronährstoffdefizite unter Umständen messbar und warum habe ich die? An welchem Ort werden die reserviert? Und dann kann man da natürlich auch wieder Rückschlüsse ziehen, zu überlegen, an welcher Stelle der Darm nicht optimal funktioniert. Und dann können wir überlegen, wie wir diese Bereiche verbessern können. Es ist ganz wichtig zu wissen, inwieweit Pepsin vorhanden ist, inwieweit diese wichtigen Verdauungssäfte da sind und in ausreichender Menge da sind oder ob es eben eine Salzsäure-Mangelsituation gibt, eben oft bei den PBIs, bei einem Helicobacter pylori oder auch bei entsprechenden Autoimmunerkrankungen. Wir haben unter Umständen auch durch Magenchirurgie, Gastroparese und möglichen Ungleichgewichte hier zu verzeichnen. Diese Pankreasinsuffizienz, ja, das ist ja schon ein schwerwiegendes Problem. Wir finden oft bei den Klienten einfach Pankreas Schwächen, ja, die sind nicht alle gleich insuffizient, aber diese Pankreas Schwächen, die finden wir tatsächlich des Häufigeren, deswegen Bitterstoffe und auch entsprechende Enzyme machen auf jeden Fall Sinn, diesem Organ auf die Füße zu helfen und zu gucken, ist es damit verbesserbar. Das können wir ja dann messen, ob mit unserer naturalkundlichen Vorgehensweise wirklich eine Pankreas-Elastase wieder hochkommt und auch wirklich zwischen 500 und 600, wo sie ja sein sollte, dann auch landet. Also das ist wirklich ein ganz, ganz wichtiger Parameter, nicht nur im Blutlabor, sondern eben auch im Stuhllabor, relativ unspektakulär und vor allem kostenoptimiert feststellbar und wir kriegen einen Hinweis dafür, gerade auch bei den biogenen Aminreaktionen, alles was mit Histaminüberschüssen zu tun hat. Gut, schneller Transit, Malabsorption verursacht eben durch Mikronährstoffmängel, all diese Dinge darf man nicht aus den Augen verlieren. Und wir sehen jetzt auch hier nochmal einen Überblick, dass man weiß, was passiert jetzt eigentlich da, wenn eben die Kohlenhydratfermentation nicht optimal läuft, dass wir da eben natürlich diese Gärprobleme finden oder sehr viel Gase hier, CO2, H2 und Methan vor allem finden. Ja, ist ja auch so was, was geruchlos ist und nicht auffällt oder was auch nicht mit den klassischen Laktose-Fruktose-Tests zum Beispiel zu finden ist, sondern da müsste man tatsächlich mal Methan auch in diese Zuckertests mit aufnehmen und das Methan überprüfen. Dann findet man nämlich auch die, die nicht über H2-Produktion, diese sogenannten Non-H2-Producer, das sind dann oft diese Methan-Produzenten. Methan, die sind hohexplosiv, die Leute. Und dann sehen wir auch hier der Ammoniak, ein großes Problem, das ist ja das nächste dann, was die Leber belastet, wenn die pH-Werte uns abschmieren, wenn die pH-Werte steigen, wir mehr Fäulnisprozesse haben, haben wir mehr Ammoniak, der Ammoniak muss mühevoll über die Leber zu was gemacht werden? Zu Harnstoff mit ein paar Zwischenstufen und der Harnstoff kann dann eigentlich ungiftig über die Niere ausgeschieden werden, aber, und jetzt kommt das große Aber, der Ammoniak braucht dann, um abgebaut zu werden, Bikarbonat, der verbraucht Bikarbonat, das heißt, es geht an unsere Reserve-Schubladen irgendwann, es verbraucht Material, um Ammoniak abbauen zu können und wenn wir mehr als vier, fünf Gramm Ammoniak pro Tag im Darm bilden, haben wir ein Problem. Das ist auch das, was dann im Gehirn landet, uns den Hirnnebel macht und was auch die minimale Enzephalopathie fördert, ja, deswegen damit dann auch Demenzen und diese Dinge ein großes Problem darstellen. der Ammoniak ist ein wichtiger Faktor, der eigentlich in einer gesunden Physiologie wunderbar in den Griff zu bekommen ist und abbaubar ist und der aber dann in diesem Falle, wenn es eben schon eine Eiweißfehlverdauung gibt und eine Fäulnis gibt, uns große Probleme bereitet. Hier sieht man auch nochmal im Überblick, was Präbiotika zum Beispiel leisten, ja, die Wirkmechanismen, die wir immer bei den Probiotikern auch mit dabei haben in der Regel als Aktivatoren, um auch diese Bakterien zu bespaßen und zu optimieren und man sieht auch die Präbiotika, gerade auch eben diese ganzen Pflanzenfasern und diese ganzen Dinge, die wir in der pflanzlichen Kost finden, die uns ja wunderbare Möglichkeiten schaffen, entsprechend auf der einen Seite Bakterien zu animieren, sich besser und vielfältiger zu vermehren. Wir haben pH-Werte, die abgesenkt werden können, wir haben damit eine Hemmung von Krankheitserregern, also das greift alles ineinander. Physiologische Wirkung dann hier und eben natürlich eine Auswirkung auf Stoffe, die eher uns vielleicht eine kanzerogene Befeuerung machen. Im Gegenteil, wir können antikanzerogen arbeiten, wir können das Verdauungsgeschehen optimieren, die Peristaltik verbessern und damit eben natürlich auch einen Staun vermeiden und wir können natürlich positiv auf das Immunsystem einwirken. Also das ist auch etwas, was Hand in Hand eben mit unseren Probiotikern beispielsweise geht. Schleimhaut ist wirklich ein Schutz- und Reparatursystem und wir haben unglaublich viele wichtige Punkte, die hier durch eine gesunde Schleimschicht, durch eine große, dicke Barriere-Schicht zu finden sind. Wir haben also einen Einfluss auf die luminalen Faktoren, auf das Epithelium direkt, aber auch auf die Mikrozirkulation zum Beispiel. Und das Schleimhaut-Immunsystem macht eben eine ganze große Masse und 50% des Malt-Systems aus. Ja, jetzt haben wir in der heutigen Situation ein noch größeres Auftreten von Autoimmunerkrankungen zu verzeichnen, also nicht nur Hashimoto und auch Psoriasis oder die Rheumatoide Arthritis, die wir hier finden, die ja alle entsprechend von Zytokin-Systemen überbordend abgeleitet werden können. Also wir wissen heute genau, bei welcher Erkrankung welche Interleukine oder welche Zytokine praktisch dauer erhöht sind und können daraus eben auch Ableitungen machen. Und das ist eben das, was dann als Folgeprobleme unter anderem natürlich auch befeuert wird, wenn es hier mehr Darmdurchlässigkeit gibt. Deswegen ist da auch bei diesen Erkrankungen immer wichtig, die Ökologie zu optimieren, aber auch die Schleimhautqualitäten zu verbessern, die Schleimschichten zu erhöhen und die Durchlässigkeit zu minimieren. Ein großes Problem, was mir auffällt, ist hier diese sogenannte SIBO. Das ist die Überwucherung des Dünndarms. Das heißt, es wandern entweder Bakterien aus dem Dickdarm in den Dünndarm auf und machen da ihr Unwesen, was sie eigentlich in dem Dünndarm nicht tun sollen. Oder wir nehmen auch eben Bakterien mit der Nahrung auf, die aus den entsprechenden Ökologiedefiziten, wo einfach auch wandständige Flora dezimiert ist, einfach nicht abgearbeitet werden kann. Also das heißt, wir haben keine natürliche Abwehr von solchen von außen kommenden Keimen mit der Nahrung und dementsprechend können die natürlich dann im Dünndarm große Probleme bereiten. Also die sogenannte bakterielle Überwuchung kann sowohl durch körpereigene E. coli-Bakterien aus dem Dickdarm aufsteigend in den Dünndarm passieren, als auch mit der Nahrung aufgenommenen Fremdkeimen von außen kommend. Beides ist möglich. Gut, wir haben ein wichtiges System Darmgesundheit Hormonbalance. Also die Hormonbalance ist auch nur zu gewährleisten, wenn das Darmsystem gut funktioniert. Das ist auch Hand in Hand. Der Darm wird gebraucht für eine gute mitochondriale Leistung. Das ist die energetische Schiene, schon kurz erwähnt. Wir beeinflussen das Hormonsystem und auch umgekehrt. Und wir bilden eine große Anzahl. Das gastrointestinale System bildet über 20 Hormone. Die entoendokrinen Zellen, auch wieder hier unten, an dem Grund der Krypten lokalisiert. Diese Panetzellen, die antimikrobiele Peptide bilden. Daneben befinden sich sogenannte endokrine Zellen, die die Hormone ausschütten. Das Gastrointestinal System Magen-Darm bildet über 20 Hormone. Das ist uns gar nicht so bewusst. Das wird immer unter den Teppich geklärt. Da denkt keiner darüber nach, wie wichtig eine Darmgesundheit für das Hormonsystem ist. Und genauso können wir hier sehen, wenn Darmstörungen vorliegen, kommt es eben auch zu hormonellen Dysbalancen vorübergehend mal. Das kommt halt wirklich auch zu massiven Energiedefiziten gleichermaßen. Das geht also alles Hand in Hand. Wir brauchen also für einen gesunden Darm eine intakte Mikrobiota. Das ist die Voraussetzung für eine optimale Verwertung von Nahrung. Und wir brauchen natürlich auch entsprechend pH-Werte, damit die Enzyme richtig arbeiten können. Das geht immer letztendlich in einer Synergie von Statten. Eine Verschiebung der pH-Werte führt langfristig zu schwerwiegenden Problemen im Stoffwechsel, in der Neurologie und im Hormonsystem gleichermaßen. Wenn wir irgendwo stören, stören wir langfristig überall. Und hier gibt es ein wunderschönes Bild dazu, wo man das sehen kann. Das ist jetzt dieser Ausschnitt hier. Das sind die Darmzotten. Meine Darmzotten hier unten sind die Krypten. Und am Grunde dieser Krypten befinden sich praktisch die Lokalisationen von Becherzellen, die den Schleim machen, diese Entero- Endokrinenzellen, die die Hormone ausschütten mikrobiellen Peptiden an Eiweißbausteinen ausschütten, die zum Beispiel antibiotische Wirkung haben. Also gegen Mikroorganismen auch wunderbar, gegen bakterielle Mikroorganismen aktiv wirken. Wir haben unsere eigene Produktion von Antibiose in uns. Und die machen aber nicht den Rest der Ökologie kaputt, sondern die gehen Hand in Hand mit unserer Ökologie. Und so können wir jetzt ganz viele klassische Verdauungs Arbeiten hier sehen, die einfach Magen- und Darmtechnisch Hand in Hand laufen und letztendlich mit der Neurologie verknüpft sind und die wir nicht isoliert betrachten können. Serotonin zum Beispiel hier entsteht aus der Aminosäure Tryptophan und das ist der größte Teil der enterochromaffinen Zellen des Darms, aber auch des Gehirns. Und dieses Serotonin wird tatsächlich zu 90% im Darm gebraucht und ein Teil wird natürlich auch im Gehirn gebraucht, aber 90% bleiben im Darm und machen da einen wichtigen Job. Gut, und wenn wir jetzt zweifeln oder nicht genau wissen bei unseren Klienten, wie es da jetzt so aussieht, im Zweifel sage ich immer, macht es Sinn, den Darm auf jeden Fall mit zu versorgen und mit zu kümmern, weil wir damit schon mal ganz großes Elend abwenden könnten und wir haben mal für uns irgendwann hier so ein Flussdiagramm entwickelt, weil wir gesagt haben, es ist so unüberschaubar, was man da eigentlich tun soll, dass man einfach sich an so einem Flussdiagramm mal so ein bisschen langhangeln kann, von der Anamnese über eben die körperliche Untersuchung, auf der anderen Seite hier der Ernährungsstatus, der Lebensstil, die familiäre Disposition, die abgefragt wird, dann über die entsprechenden Labormaßnahmen, die hier wichtig sind, die Entscheidung zu treffen, muss man hier tatsächlich spiegeln oder können wir auf eine Spiegelung erstmal verzichten, weil keine Indikatoren dafür sprechen, dass wir das in sehr jungen Jahren vielleicht brauchen, haben wir aber eben auch mit 28 hier eine Situation, wo Entzündungsfaktoren deutlich sich darstellen, macht es natürlich auch Sinn, auch mal schon weit vor dem 50. Lebensjahr eine Darmspiegelung zu machen, außer Frage. So, und dann muss ich aber gucken, gibt es hier vielleicht Störfaktoren, dann gibt es irgendwelche invasiven Enteritis-Erreger, die mir diese Darstellung beispielsweise eines Kalprotektins falsch-positiv beeinflussen, dann kann ich natürlich hier erstmal in der Serologie gucken, was gibt es hier für Quertreiber, was gibt es hier für Herdinfekte, was macht mir hier sozusagen ein Entzündungsproblem im Hintergrund und wir sehen es gar nicht, wir sehen es nämlich nicht in den klassischen Blutparametern vielleicht. Ja, und so kann man sich weiterhangeln, entsprechend muss man dann auch überlegen, mache ich eine ganz einfache, normale Ernährungsberatung oder mache ich tatsächlich eine Ernährungsberatung, die sich an dem Entzündlichkeitsproblem orientiert. Und da ist immer die Frage, was sind eben für Trigger, was sind für Allergene da, das kann man dann eben Ursachen orientiert auch in dem interdisziplinären Team sehr gut abbilden. Ja, und wir haben da ein sogenanntes Weidesystem, eine wirksame entzündungshemmende interdisziplinäre Darmernährung entwickelt, die tatsächlich nichts anderes macht, als zu schauen, wo steht der Klient und was kriegt dieser Klient jetzt dann in dieser Entzündungsphase von uns an Lebensmittelempfehlungen. Ja, so dass man wirklich auch nochmal gezielt gucken kann und von wirklich dem Bedarf dieses Klienten ausgehend eine Versorgung macht. Und dann funktioniert das super, weil wir damit auf der einen Seite die Ökologien, die Schleimschichten, die Mikronährstoffe Nährstoffe mit den otomoloklaren Versorgungspaketen eben angehen und auf der anderen Seite über die natürliche Ernährung entsprechend schauen, geben wir Lebensmittel rein, die nicht zusätzlich reizend sind. Das ist ja das Entscheidende. Es macht ja keinen Sinn, etwas zu essen zu geben, was den Reiz noch erhöht oder was diese Durchlässigkeit noch vermehrt oder die Entzündlichkeit befeuert. Und da gibt es eine ganze Reihe auch von sogenannten Antinutritiven, also Substanzen, die wir in den Lebensmitteln finden, die vielleicht bei demjenigen im Moment ganz ungeschickt sind zu geben. Und das ist etwas, was wir halt so Hand in Hand auch entwickelt haben über viele, viele Jahre. Ich glaube, seit drei Jahren sind wir dabei, jetzt so ein System aufzustellen, was eben auch die entsprechenden Nahrungsmittelintoleranzen mit berücksichtigen kann. Das funktioniert einfach super, weil wir haben in der Praxis viel schnellere Möglichkeit, dem Klienten was an die Hand zu geben und den zu führen und den auch zu coachen und zu unterstützen. Und das führt schneller zum Erfolg. Und damit bleiben die Klienten auch wachsam, sich selbst besser aufzustellen. Und es ist ja nicht nur Körper, Geist, Seele besser unterwegs. Wir können wieder besser aufpassen, wir haben bessere Konzentrationsfähigkeiten und wir haben eine Möglichkeit, über uns selbst etwas zu lernen und uns weiterzuentwickeln. Das gilt ja für uns Fachleute genauso wie für den Klienten. Das größte Drama ist ja, dass wir einfach immer die Verantwortung irgendwo abgeben oder im Wartezimmer einen Haken hängen und glauben, die anderen machen das für uns. Und das ist etwas, wo jeder selbst Sorge treiben sollte und sich selbst kümmern sollte. Gut, das ist die Medizin der Zeitenwende. Ja, wir haben inzwischen schon nicht mehr Oktober, wir haben inzwischen November. Hier ist super scheußliches Herbstwetter, Regen und Wind. Und wir wollen mal gucken, was jetzt das neue Jahr bringt. Wir geben alles, damit wir Unterstützung anbieten können und können gerne die Empfehlung auch nochmal aussprechen, dass Sie Sonderdrucke sich bei mir auf der Internetseite herunterladen, um einfach mal ein bisschen zu lesen zu diesem System. darmtechnisch ist sehr viel zu tun und da ist es nicht kompliziert. Man muss nur einmal diese Zusammenhänge verstehen und da kann man wunderbar arbeiten. Ja, dann sind wir jetzt eigentlich soweit durch. Dann können wir jetzt mal ein paar Fragen noch beantworten, gegebenenfalls. Dann darf ich mich erst mal recht herzlich bedanken. Gerne. Ich finde es auch toll, dass Sie in der Zeit geblieben sind. Relativ. Sehr gut. Ich darf eine Frage, nee, nicht eine Frage, ich darf korrigieren. Na sicher. Immer ist das ja so, dass ich dazu was sagen muss. Immer. Sie haben gesagt, es geht nicht immer alles, oder man kann nicht alle Menschen gleich behandeln. Nö. So, dann sage ich immer, Moment, wenn jemand am Verdursten aus der Wüste kommt, ja, dann kriegen Sie alle. Kriegen Sie alle Wasser. Alle Wasser. So, wenn ich mich heute umgucke, was essen, was trinken die Leute, was haben sie für einen Stress, was haben sie für Feinstaub, was haben sie für Giften in der Umgebung, dann sage ich, die Basis zur Entgüftung, Auswertung, die ist erst mal im Prinzip wenigstens für alle gleich. So ist es. Und nach vier Monaten, drei, vier Monaten, da differenzieren wir dann und dann sind wir genau da. Ist noch was nachgeblieben, was ist noch weiter zu beeinflussen und worauf müssen wir dann besonders achten. Und ich finde das ganz toll, wie Sie das rausgearbeitet haben. Da kann der Zuschauer, kann sich in Ruhe, kann auch das Bild mal anhalten, wenn er den Film sieht und sagt, Moment, 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 wie war das denn? Das ist ja bei Dr. Wander genauso, da muss man gelegentlich stoppen und sagen, Moment, ich muss erst mal die Übersicht überhaupt verstehen können. und haben wir Fragen im Auditorium. Heine, wegen der Autoimmunerkrankung, verzichtigen Sie das auch bei der Hashimoto-Erkrankung? Oh ja. Was denn heißt, Kohlsorten sollten erst mal vermieden werden, weil in der Leber, sagen Sie nein? Kommt drauf an. Die dürfen durchaus Kohlsorten essen und konsumieren, aber, es gibt ein Aber, der Kohl sollte kurz blanchiert oder ganz kurz erwärmt werden, weil wir damit ein Enzym zerstören, was für diese Autoimmunpatienten sonst kontraproduktiv wäre. Die dürfen Kohl essen, aber ich weiß genau, worauf Sie hinaus möchten. Es wird immer wieder diskutiert und der Fachleute auch ganz gravierend diskutiert, aber es gibt tatsächlich ein Enzym, diese sogenannte Myrosinase. Das ist ein Enzym, was durch das Blanchieren des Kohls einfach zerstört wird und damit ist es für den Autoimmunpatienten an der Stelle, was eine Schilddrüsenentzündung angeht, völlig unproblematisch. Die Hashimoto-Huma ist eine minimale Überallplichtigkeit gegen Glutein, weil die Glutein Antikörper gering, wenn sie keine Kolitis machen. trotzdem strukturell identisch sind mit den Schilddrüsenantikörpern, dann kriegen sie eine chronische Entzündung der Schilddrüse mit abbauter Hormonproduktion. Darum Hashimoto ist eine Glutein Überallplichtigkeit strengt und Tätig bei Essen. Der Prastika-Faktor, der am Kohl ist, der hat keine Kohle. Genau. Diese Erfahrung habe ich auch gesammelt. Wenn man da die Nahrung mit hernimmt und den Hauptträger wegnimmt, ist da ganz viel getan. Neben den Mikronährstoffen auch wichtig Eiweißbausteine. Dass man schaut, was bekommen die an hochwertigem Eiweiß aus der Nahrung. Auf der einen Seite lässt man vielleicht gewisse Dinge raus, wo man genau weiß, die sind kontraproduktiv. Aber gerade bei der Schilddrüsenerkrankung halte ich es für sinnvoll, auch an das hochwertige Eiweiß einfach zu denken. Also, dass sie nicht rein vegan zum Beispiel essen. Weil wir brauchen die Eiweißbausteine zur Entgiftung und so weiter. Die Heishemoto Erzündung macht Radikale, Akutradikale. Wir haben durch die Drogen per Oxylase abgefangen. Der Zentralmolekül ist Selin. Also wird Selin verbraucht. Also Heishemoto immer Selinmangel. Genau. Darf ich was dazu sagen, euer Ehren? Also das sind jetzt zwei Pole, zwischen denen wir stehen. Und ich bin dann in der dritte. Es sind ja so komische Dreiecke immer mal, die sich finden. Also ich kann sagen, aus meiner Praxiserfahrung, wenn Patienten ausgeleitet werden, erst mal über das Reha-Paket zum Beispiel, dann darmsaniert werden. Und wenn sie, da bin ich ja immer sehr konsequent gewesen, wenn sie sich 100 Prozent bio ernähren, dann dürfen sie sogar Kohl essen, dann dürfen sie alles essen, dann gehen nämlich innerhalb von drei, vier, fünf, sechs Monaten Autoimmunerkrankung in der Regel zurück. Ich habe also sowohl Hashimoto-Patienten als auch zum Beispiel Morbus Bechterew-Patienten, das ist ja nun ein genetisches Problem, geht ja gar nicht, kann man nichts machen. Doch, da habe ich solche Patienten, die sind so krumm gekommen und wenn die sich sauber ernährt haben, wenn wir die vernünftig substituiert haben, dann sind die wieder völlig gerade geworden, ist es scheinbar kein Bechterew mehr da und ich habe mit einem Hamburger großen Professor im Rahmen eines Kongresses mal einen kontroversen Disput gehabt, für kontroverse Dispute bin ich ja häufig getriggert, der hat sich nämlich hingestellt und hat gesagt, also wir machen Blutuntersuchungen und da weisen wir nach, was für Intoleranzen sie haben, was überhaupt nicht geht bei ihnen, sind schlechte Entgifter und wenn sie schlechte Entgifter sind, dann haben sie das bis ins hohe Alter. Und da habe ich gesagt, Moment, die Gene kann man ja an- und abschalten, das ist jetzt aber 20 Jahre her, also versetzen Sie sich mal bitte 20 Jahre zurück, da war das sehr obskur und wir haben uns da gefetzt und dann zehn Jahre später habe ich ihn mal wieder im Rahmen eines Kongresses gesehen, da habe ich gedacht, muss ich mal hören, was er jetzt sagt und dann sagt er, ja und es gibt auch die Überlegung, dass man eventuell, also wir sind doch noch nicht sicher, ist ja ein großer Professor, ist ja nie sicher, aber es gibt die Überlegung, dass man Gene an- und abschalten kann. Also Autoimmunerkrankungen sind für mich nach der Definition Lücken in den Zellen, in bestimmten Zellkompartimenten, da wandern dann Fremdstoffe aus dem Interzellularraum rein, die werden da verwurstet, denn da wird ja nichts mehr selektiert und dann wird das wieder rausgegeben und da kommt eben zum Teil Schrott raus und dieser Schrott reizt im Interzellularspalt oder im Gewebe interstitiell und dann haben wir irgendwann eine große Reizung. Ja? Zum Beispiel wird durch Umweltgifte, durch Methylangebot die Apoptose der Krebszellen abgeschaltet und nachweisbar ein einziges Medikament aus der ganzen Welt, nämlich nur das Prokain, ist in der Lage, wenn ich es per Infusion mit der Atopie in die Krebszelle bringe, wird das die DNA-Methyltransferase geändert, die Tumor-Suppressor-Gene werden wieder demetiliert, damit angeschaltet, damit kann die Agostose der Krebszellen stattfinden. Es geht nur mit Prokain, nicht mit was anderes. Die amerikanischen Friedensbüge haben alles versucht, alles hochgegeben zu haben, nur Prokain. Haben wir noch Fragen im Auditorium? Oder haben Sie jetzt alle nur Hunger? Dann darf ich mich noch mal recht herzlich bedanken und natürlich bei dir auch noch mal, Dr. Wander, es ist toll, dass ihr da seid und ich hoffe, wir können das noch öfter hier wiederholen. Vielen Dank auch ans Publikum. Vielen Dank.